Hallo, herzlich willkommen zum Hobby, wie gerade steht. Hallo, herzlich willkommen zu einem wieder von uns. Hi Leute, was machen wir heute? Wir backen Muffins, aber wir haben Beeinträchtigungen. So haben wir hier drei Karten. Jeder zieht eine Karte. Aber warte doch mal ganz kurz. Du musst doch erklären, was in den Karten drin ist. Diese Challenge geht um diese drei Affen, die wir jetzt hier oben blenden und jeder bekommt halt eine Aufgabe. Einer sieht nichts, einer hört nichts und einer darf nicht reden. So. Warte, wir müssen erst mal sagen, was wir hoffen, was wir werden. Ich hoffe, ich bin die, die nicht reden kann. Ich hoffe, ich bin die, die nicht sehen kann. Ich hoffe, meine Augen werden nicht verbunden. Darauf habe ich gar keinen Bock. Achso. Ja, ich will nicht, dass mein Mund zugemacht wird, weil dann hat der kein Spaß mehr Leute. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, was hast du? Moja! Auge! Nein! Ich habe Ohren. Ich hasse das Video jetzt schon. Egal, ich kann nie bei Musik hören. Also, ich habe hier die Airpods Max, wie heißen die? Pro? Die Airpods Pro-Dinger. Also, damit ist eigentlich richtig Dings, aber ich weiß nicht, ob ich noch mal die Kopfhörer dran machen soll. Ich habe gar keinen Bock dran. Was ist das so schissen? Okay, los geht's. Oh, geil, aber ich freu mich, dass du es nicht hören könntest. Du wirst noch tanzen. Du wirst noch tanzen. Das wird so witzig. Also, eigentlich sehe ich es am chilligsten aus. Das wird nicht halten. Ich kann immer noch reden. Guck mal, ich weiß, ich wusste nicht, dass sie richtig geredet hat, ne? Das macht jetzt schon so richtig zu. Da hast du schon drauf? Ich rede so mit ihm als Nächster, als Willem beschreibt, sehe ich so, guck mal, ich will jetzt schon nicht, also guck mal. So, wir haben ein Problem, ich habe das Rezept auf dem Handy. Also, was haben wir angefangen? Also, ich lese alles vor. Sag mal, wenn ich zu laut rede. Also, ich lese vor und ihr macht das einfach, okay? Warum lacht ihr? Hey, machen wir meinen PIN? Hallo? Gib mal meinen PIN ein. Ich höre nichts. Gib mal meinen PIN ein. Sieht man das Rezept schon? Ja? Ja, sag. Ich werde einfach ignoriert. Die eine hört mich nicht mal und die andere kann mir nicht antworten. Was ist das für ein Video, Mann? Ich bin einmal so unnötig in dem Video. Warte, warum fangen wir an? Wir müssen den Teig machen. Was hat sie denn? Was hat sie gerade gesagt, Junge? Wir müssen den Teig jetzt machen. Junge, was nicht verstehen. Warum machst du dein ganzes Gesicht? Ach so, warte mal kurz. Hey. Und du willst Sachen, wo wir die Sachen reinmachen können? Wir machen eine Schüssel, ja. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich check das jetzt mal. Backofen auf 180 Grad verheizt. Schatz, kannst du bitte den Backofen auf und führen? 180 Grad verheizt? Ja. Ich kenne mich ja aus ein bisschen, deswegen schaffe ich das schon. Auf 180. Nee, bisschen weiter nach. Nee. Andere Seite. Nochmal? Okay. Kannst du aber auch die Sachen von drin rausnehmen, bitte? Danke. Warte, wie hast du jetzt von mir etwas erklärt? Wieso? Ach, die Zutaten meinst du? Leute, ich habe mir Eier. Ich habe mir Eier, aber ich weiß gerade, wie viele wir brauchen. Aber ich glaube, vier Stück für Maffenrezept ist schon okay. Was willst du machen? Zwei Eier. Sollen wir die schon reinmachen? Also ich habe ja zwei Eier schon. Soll ich schon? Soll ich schon reinmachen? Woher hat er die Eier? Ich soll nicht reden? Hä? Alter, du siehst doch alles und fang doch mal an jetzt. Ich dachte, ich brauche zwei Eier. Du hast doch gezeigt. Zucker und so. Ich habe doch die Eier schon gemacht. Ach so. Aber ich verstehe, warum er die Eier hat. Ja, dann nimm das. Warum hast du die Eier? Ich sehe doch gar nichts. Ich sehe gerade gar nichts. Wir müssen die Eier da reinmachen jetzt. Habt ihr die Eier schon reinmachen? Bro, nein. Sechs. Die können einfach nicht antworten. Die können einfach nicht antworten. Habt ihr die Eier schon rein? Ich rede und er tut rein. Habt ihr die Eier schon rein? Nein. Was ist das? Was bedeutet das? Oh, die Eier sind weg. Okay. Die sind weg. Die sind weg, dass ich nicht verstehe, was du weißt. Nein, die sind noch nicht. Hey, guck mal. Das ist eigentlich voll einfach. Ihr könnt beide sehen. Ihr müsst einfach ablesen und dann das einfach machen. Also, ich habe hier noch die Bage hingebracht. Ach, zum Rühren. Aha. Was machen wir? Was macht Dunjay? Er steht die ganze Zeit da. Ich mache gerade die ganze Art. Hast du auf die Reine gemacht? Ihr habt nichts mitbekommen. Make promises that you can kill. Aber du bist jetzt nur die Eier mit dir, oder? Das Schlimme ist, wenn ich singe, singe ich so heftig schieb, weil ich mich selber nicht höre. Was ist das für ein Geräusch? Ey, das Ding ist, ich sehe nichts und es bringt auch nichts, wenn ich rede. Was mache ich hier? Mach mal weiter jetzt. Halt hier, halt hier, halt hier. Oh, oh, oh. But I made you look. Ich glaube, ich mache gar nichts, oder? Okay, warte, okay, ich unterstütze dich jetzt. Ach, Mehl. Mehl brauchen wir, wie? Hier, Dunjay soll das messen. Wie er da steht. Wie viel? Hier rein? Nochmal. Oh mein Gott. Mein Herd. Nochmal. Sag Stopp. Schatz, bisschen in die Mitte, bisschen in die Mitte, du machst zu weit rechts oder links. Nein! Sag Stopp. Sag doch einfach Stopp. Hey, was habe ich jetzt gemacht? Oh nein, mein Herd, wie es aussieht, Mann. Ich schreie, wenn ich rede. Scheiße. Was mache ich gerade? Sicher, dass man alles auf einmal in den Dings reinmachen muss? Ja, alles rein einfach. Echt? Was machst du gerade? Hä? Schatz, du wolltest mein Messerfass richtig halten. Ah, das Mutter. Hey, ich habe noch nie so Muffin gemacht. Ich auch nicht. Allah Allah. Wow, das war schon so gut. Muss da so viel rein? Mami, don't know that it's getting hot. Do something, man. Holy. Backpulver. Ich mache einfach alles rein. Da steht zwar halbe Packung, aber... Guck mal, Tujan wird jetzt heute... Ich verstehe gerade gar nicht zwar, was er sagt, aber... Er wird bestimmt richtig scheuen, wenn ich alles reinmache. Was ist das? Obwohl da 9,5 steht. Was macht ihr rein? Backpulver? Ne, die habe ich noch gemacht. Mach nur die Hälfte. Hä? Nein, nicht nur die Hälfte. Mach einfach alles rein. Damit die richtig groß werden. Da habe ich auch ein bisschen gelassen. Warum sind hier vier Eier? Hä? Schatz, warum bringst du vier Eier? Ja, ich sehe doch nicht, wie viel wir brauchen. Warum fange ich lieber auf? Ich höre nicht mal was. Ich mache auf. Ah, guck mal, da war auch ein. Ach so, ich habe gar nichts gehört. Ich gucke zur Nomi. Okay, fertig. Ah, wir haben sogar Muffin vor, glaube ich. Wann rühren wir das? Ah. Rühren, das geht? Ich habe den gefunden. Was hast du gefunden? Okay. Was hast du gefunden? Alright. What about that time? Hallo. Was hast du gefunden? Was ist das? Hä? Hä? Was war da jetzt? Ich habe gar nichts verstanden. Was ist denn? Waren mit Zucker? Hä? Ich habe etwas gehört zu. Ist gut? Warum geht das nicht mehr? Du bist gut, oder? Okay, ist nicht gut. Was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Okay, ist gut. Ist okay, oder? Das passt. Schatz, jetzt musst du nach Augenmaß die Muffins befinden. Was? Achso, du drückst erstmal hier oben und danach. War noch nicht fertig. Warum sagst du nicht? Ich soll weitermachen. Also, damit ihr mitbekommt, was ich gemacht habe. Warum stehe ich jetzt recht? Ja, die Butter ist noch ein bisschen hart. Ich soll jetzt hier Multitasten machen. Das klappt gerade nicht so, wie es mir das vorgestellt wird. Schatz, was machst du? Ich brauche gerade deine Hilfe nicht. Machst was? Nein! Nein! Fass das nicht an? Damit haben wir deinen Dreck weggemacht. Wie viel haben wir? Soll ich so ein bisschen Milch oder so reinmachen? Nein, gar nicht. Ich glaube, das ist okay. Halt, halt, halt! 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 Nach Augenmaß, ne? Bring doch die Schüssel hier einfach. Tuncay, mach nach Augenmaß jetzt die Muffins rein. Was ist das? Was will ich mit deiner Grau? Scheiße, meine Dings da. Leuchten haben wir es abbekommen. Ist es gut so? Oder ist es zu viel? Bist du Hälfte immer? Ach so! Bist du Hälfte? Ich glaube, das ist okay. Warte. Warum machst du das denn in deiner Hand? Du musst die Form reinmachen. Habe ich die umsonst hier reingesteckt? Ja, ich sehe die Form nicht. Ich muss schon was in der Hand halten, damit ich so ein bisschen einschätzen kann. Ich kann nicht anders. Wo soll ich sonst die Schüssel nehmen machen? Schatz, was machst du? Wo soll ich sonst die Schüssel nehmen machen? Hier, halt! Durch! Durch! Ja, siehst du was passiert? Nee! Ich muss in der Hand halten. Nein! Was hast du für ein Problem? Schatz, hör auf damit! Das ist nicht gut! Sag einfach Stopp und dann höre ich auf und dann gebe ich dir das. Ich weiß gerade nicht was du sagst. Dann gebe ich dir das und dann legst du es in diese Scheißform. Aber ich kann nicht einfach so mit Löffeln machen. Was sagt er? Was sagt er? Denk doch ein bisschen mit jetzt. Okay? Ich sehe nicht, sagt er. Das war mir schon klar. Dass du dich siehst. Einfach mitdenken. Sag einfach mit mir scheiße. Sag doch, dass ich dumm bin? Ah! Schatz? Was soll das? Hör jetzt auf! Guck mal, das klappt doch richtig gut. Wir haben gerade richtig gut Tee. Nein, okay, ich mach das. Egal, lass jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Du kannst es nicht. Guck mal, was er macht, Mann. Hast du zu mir dumm gesagt? Stimmt das? Nein. Ich hab nur gesagt... Schatz, du musst mit deinem Kopf schütteln. Ja oder nein? Ich hör dich nicht. Hast du nicht gesagt? Das ist nix. Fuck. Jena auch. Ehrlich, ich hab das Gefühl. Die werden voll gut gefühlt. Ich hab das Gefühl. Die sehen voll gut aus. Ja, die sah nicht so gut aus. Ich glaub, Tunjay hätte das mit Augenbinden sogar besser im Programm. Ich wette, ich hab schöner gemacht. Er redet gut. Guck mal, ich schwör. Das Einzige, was Meri das ganze Video lang macht, ist das und das. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Du kannst nicht alles so erklären. Sogar ich, ohne was zu sehen, hab mehr gemacht, als du bestimmt. Hey, André, André, André. Ich hab schon gar... Wir haben bestimmt alles durcheinander gebracht. Du, wir haben bestimmt alles falsch gemacht, einfach. Hey, Mama lacht hier. Hey? Warum braucht ihr so leid? Hörst du meine Musik? Echt? Hast du alle gemacht? Hör doch auf, alles abzufassen. Ja, aber er darf doch nur stehen, so. Schatz. Wack, es redet ihr an, Benni. Bist du mir auch nicht fertig? Ich nehme keine Schühe. Ach so, er steht da noch. Wack, Schatz! Bist du mir auch nicht fertig? Da, widme dich! Wack doch einfach drauf. Warum fasst du dir alles an? Warum braucht es allein? Wie seid ihr, soweit es soweit ist? Ihr hinterlasst ihn da. Sind wir fertig? Also, soweit sind wir gekommen auf jeden Fall, ohne was zu hören, zu reden und zu sehen. Ah, komm! Ne? Und was geht es gerade? Wo hast du 20 Minuten? Hä? 20 Minuten gebrochen? Das konnte ich gerade eben hören. Boah, das ist schon gefährlich. Warum mache ich das gerade? Hä? Also, ich könnte mir schon was verbrennen. War es zu heiß. Was machst du jetzt gerade? Reintun! Ja, mach doch rein jetzt! Ich sehe aber nicht. Schatz, 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 schatz. Die Karte, sag mal. Sag mal. Warte. Wie das da ist, ne? Wie das da ist, ne? Mach du doch einfach mal! Oh, du hast Angst, ne? Du hast Angst? Nein, wir sind doch ein Team. Rückschiff, Mann. I wake up every day. Also, Leute, wir machen jetzt 20 Minuten Pause. Wir sollen ja weiter so bleiben. Und sobald die Muffinslam fertig sind, werden wir dann schmücken. Das ist so komisch, dass ich irgendwas erzähle, obwohl ich nichts höre. Auf jeden Fall. Ja, für später. Können wir jetzt aufmachen? Nein, was? Wir machen doch nicht alles ab. Weil wir haben jetzt gerade gesagt, dass wir so stehen werden. Das ist ja nicht schwer, oder? Nein. So, wir sind jetzt wieder, äh, wieder. In the game. Ich habe mir schon ein paar Aufnahmen angeschaut und ich habe gemerkt, dass sie sehr viel Schrei beim Reden, deshalb erklärt ihr am besten, was wir jetzt machen. Wir schmücken jetzt unsere Muffins. Ja, wir schmücken jetzt unsere Muffins. Ja, wir schmücken jetzt unsere Muffins. Warum machen wir jetzt nichts? Hä? Auf was warten wir? Hä? 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 Warum lacht ihr jetzt? Schatz, du bist viel zu weit links in der Mitte, geh ein bisschen zur Seite, so, damit wir auch ein bisschen Platz haben, um zu atmen. Also, ich habe mein Muffin hier schon. Achso, ja. Schatz, guck mal, was erklärt er gerade? Jetzt brauche ich einfach irgendwas drüber. Also, irgendwas. Wir machen erstmal Kuvertüre. Was ist das? Kuvertüre warm. Ja, dann hol ihn kurz. Gut. Ich mache dann so lange die Kuvertüre, weil da brauchen wir Tujar so oder so nicht. Er kann nichts. Einfach hier drin. Soll ich einfach alles machen? Hm? Hm? Was soll das auf keine andere Mal? Ah, Eiers ist da! Einmal, Baby! Was wolltest du gerade sagen? Habt ihr die Konfitüre schon gemacht? Damna, wirst du Eiers die ganze Zeit tragen? Nein. Ich soll dir nein sagen. Puderzucker. Puderzucker? Mit Puderzucker? Achso, okay. Was meinst du, oder? Was meinst du, oder? Hallo? Ob er das essen darf? Nein, das ist meine, oder? Ja, das ist deins. Was machst du gerade? Was machst du? Wollt ja nicht Puderzucker. Ja. Ja, aber. Ich brauche ein bisschen Schokolade. Ja, was? Ein bisschen Schokolade drauf? Achso. Ja. Schatz, kannst du mal bitte jetzt weiter entscheiden? Erst hast du Puderzucker und jetzt Schokolade? Nein, sonst haftet das nicht. Ich mache erst ein bisschen Schokolade und dann Puderzucker. Wie ich die ganze Zeit mit mir anschaue, was sagt der Vanander. Mach mir Schokolade drauf. Hey, guck mal, diese Konfitüre. Hallo? Mach ein bisschen drauf. Da bist du noch nicht fertig. Mach mir ein bisschen drauf. Oh, das wird voll gut. Ja, mach mir ein bisschen drauf. Wer will Schokolade? Schatz, sobald ich fertig bin, werde ich dir deine Schokolade geben. Das ist doch schon fertig. Boah, guck, jetzt ist es gut geworden. Gerade eben war Katastrophe. Boah, Leute, diese Schokolade ist andere Liga. Geil. Sieht echt richtig geil aus. Hast du? Hallo? Hallo? Was? Ja? Ja, passt. Ja, das reicht. Reicht? Ja. Boah, das ist voll gut aus. Guck mal. Ist das meins? Ja. Soll ich auf alle drauf machen? Ander mal du? Ja, oder? Aber die haben noch keine Schokolade. Hallo, die haben noch keine. Schatz, wie soll ich so arbeiten? Aber warum warten wir auf ihn? Geh mal weg, du bist voll unnützlich. Hab ich drauf? He? Hallo? Du musst dir eine Maffin nehmen. Ist schon drauf? Ich kann nicht immer. Ist schon drauf? Nein. Was? Warum nicht? Ich verstehe nicht. Du musst meine Maffin nehmen. Achso, aufmachen. Du kannst mal Zana. Hast du noch nicht drauf gemacht? Hä? Ja, gib. In die Hand. Oh! Du sollst mir nur da zu kackieren. Du musst schon ein bisschen mitdecken. Ey, ich schwör, lass mich grad einfach nur noch in Ruhe. Ich würde das alles fertig machen, okay? Ey, ich kann es grad noch drehen. Ich leh das mit Merwey. Ist falsch rum. Ach, ich muss hier drehen. Halt mal den Maffin drunter. Hey, bis zum Schluss. Ich weiß nicht, was ich gemerkt habe. Die beiden sind ohne mich einfach richtig verloren. Ja, warum? Er kann nicht sehen und sie kann nicht sprechen. Voll witzig. Guck mal, Leute. Mein Maffin ist richtig geil geworden. Bisschen Schokolade, Puderzucker hab ich drauf gemacht. Ich mach einfach überall Schokolade drauf, ja? Ja. Wer ist dafür, dass sich einfach weggeht? Hä, warum? Siehst du nicht? Du stehst noch in der Mitte. Du störst voll. Da ist so voll Nixnutz. Mit der Aarung, ich meine Schokolade. Das macht doch gar keinen Sinn mit Schokolade und Puderzucker. Sollen wir auch ein paar mit Zucker machen? Puderzucker? Oder alle Schokolade? Wie es besser aussieht. Ne, ne, ne. Mach mal drauf. Ich schrie mich schon auf, obwohl ich die noch mal stand. Ich so, was hat der schon wieder gesagt? Mach mal nur mit Puderzucker. Eins mit Puderzucker? Ein paar Stück. Also zwei, drei, vier. Zwei, drei. Was wird denn schon wieder von mir? Ist da Schokolade drauf? Ja. Ist gut oder? Soll ich mal ein bisschen drauf? Soll ich mal ein bisschen drauf? In a compact. No slack. Okay, manche einfach normal lassen. Mel, wo du willst, sind die am Arsch. Das kannst du ihm nicht geben. Mach mal was für eine Öffnung das hat. Öffnung. Ist das schönste, wenn ich mich selber nicht mehr höre, wie ich spreche. Spreche richtig komisch. Guck mal. Ist gut? Sehr schön geworden. Ja. Das sind alle schon drauf, oder? Ja. Ah, das machen wir ein bisschen. Achso, ja. Ne, 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 ne. Der will essen. Der will essen. Eigentlich muss ich das nicht mal fragen. Er will immer essen. Okay, also machen wir jetzt ein paar noch mit Puderzucker. Der fackt mich so ab. Okay, reicht. Echt? Ne, du mir was? Was ist los? Ja, brechst du da. Ah ja, das geht nicht auf den da. Wie viele haben wir schon fertig? Haben wir schon fünf fertig? Was ist das? Bech? Bech, deine Ehe. Fünf haben wir schon, okay. Hatte noch sieben Stück. Haltig, haltig. Also wir sind fertig. Echt? Oder schmücken wir die anderen auch noch? Natürlich, wir müssen auch noch schmücken. Hä? Soll ich... Ah, wir können Augen machen. Voll geil. Sieht gar nichts, aber ich habe die meiste Arbeit gemacht. Mann, dann guck mal, wie es schaut. Mein Baby, mein Baby. Hey, wo ist der Maffin? Fahra. Was machst du eigentlich hier? Was schlägt der mich? Was sagst du? Schreibt der mich an? Warum? Assistent, was machst du? Du stehst einfach. Hä? Weil ich stehe. Schatz, am meisten drehst du es hier auch. Ich kann sogar argumentieren. So 100%. Wir kommen sofort, als würde sie gar nichts machen. Merge hilft mir so ein bisschen. Das macht einfach gar nichts. Geh mal weg, Schatz. Will er mich hier nicht? Hat er nicht geschmückt? Warum platscht der? Ja. Sind wir fertig? Ja. Ja. Leute schaut mal, wir haben auch welche mit Augen gemacht. Okay, wir sind fertig. Sollen wir jetzt alles aufmachen? Ja? Nein? Was soll alles aufmachen? Sollen wir jetzt aufmachen und probieren, wie wir es geschafft haben, meine ich? Alle Augenklaube wegmachen? Ja? Ja, okay. Ey, okay. Boah. Das ist aber voll gut geworden. Ja, aber wenn du wüsstest, was du alles verunstaltet hast. Schatz, ich habe die Krise bekommen wegen dir. Ich habe ein paar mit Puder zugelassen, so wie du wolltest. Ich habe keine Ahnung, warum du so eine Mische wolltest. Okay, jetzt probieren wir mal unsere Muffins und gucken, was für eine Arbeit wir gleich leistet haben, obwohl wir weder hören, sehen oder reden konnten. Hm, ich will den hier. Ich nehme das. Weißt du, was du die ganze Zeit gemacht hast? Das ist ja der Kind, du sagst. Oh, du mal. Oh, du mal. Echt? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Das fällt von auseinander irgendwie. Ja, guck. Voll flüssig. Noch nie so lecker war, wenn es immer. Ab jetzt immer so. Schmeckt echt gut? Mhm, voll geil. Ich habe schon die meiste Arbeit gemacht, oder? Nein, ich schwöre, du hast nur so aufgeregt, ne? Ich habe voll wenig gemacht. Nein, du hast einfach nur so viel gemacht. Aber damit er was machen kann, ohne Urhecht. Das war ein Erfolg. So Leute, das war es dann auch mit dem Video. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Wenn ihr wollt, dass ein Teil 2 kommt. Wo wir aber etwas anderes machen. Genau. Schreibt einfach in die Kommentare, was für Challenges wir mit diesen Beeinträchtigungen noch machen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.